ja ihr lieben da sind wir angekommen bei der elften raunacht es ist die nacht von den dritten auf den vierten januar und es geht um den ganzen tag den vierten januar und das wird verbunden mit dem monat november da geht es um ein thema das tiefgründiger geht nämlich es geht um die zeit wo wir abschied nehmen das ist auch eine beschäftigung mit dem tod das ist ein beschäftigen mit loslassen immer wenn man sich bewusst wird dass wir nur eine gewisse zeit auf der erde sind dann stellt sich genau dieses thema wir müssen uns mit dem thema konfrontieren loslassen abschied nehmen und auch mit dem tod kein einfaches thema aber jeden von uns wird es im leben einmal zweimal wie oft auch immer ereilen das ist ein thema das nicht immer schön ist aber unser da sein auf der erde ist einfach mal limitiert wir sind nicht endlos hier wir kommen sicherlich wieder auf die ein oder andere weise aber wie und wo das ist ein großes fragezeichen und das wird sich uns erst offenbaren wenn es so weit ist für dich ist aber ganz wichtig im hier und jetzt zu schauen okay warum bist du hier was ist deine aufgabe lebensaufgabe für viele von uns immer wieder das thema zu gucken ja wo wollen wir hin was ist es was ist es wirklich zu schauen was möchten wir ordnen im leben wo möchte soll eine struktur her auch den fokus auf das was wir erleben wollen all das der sinn des lebens was wollen wir erreichen am ende unseres seins und das ist für jeden von uns etwas ganz individuelles wichtig ist wenn du dich mit dieser phase beschäftigt auch zu schauen mal was möchtest du tatsächlich am ende deines lebens haben dass die menschen sich an dich erinnern nicht nur deine familie auch andere menschen ist das ein ziel das du hast sind es einzelne etappen ziele möchtest du nur im herzen deiner lieben weiterleben was steckt da dahinter wichtig ist für dich zu schauen ja wow wenn es endgültig vorbei ist was ist das resümee was ist die bilanz deines lebens was war gut was war nicht so gut wo warst du an einem punkt wo du gesagt hast das war nicht mehr stimmig da habe ich etwas verändert wo möchtest du jetzt etwas verändern dass du all diese punkte dir mal ganz genau anschaust eben ja in der elften raunacht dass du hier guckst was bedeutet das alles für dich wo musstest du dinge loslassen auch träume loslassen wo hat sich etwas verändert durch das loslassen was ist dir dafür anderes wichtig geworden all das das gehört hier dazu mal genauer hinzuschauen welche themen stecken da dahinter welche personen sind dir wichtig welche personen möchtest du in deinem leben behalten bei welchen personen würde es richtig wehtun wenn sie nicht mehr da sind all das das ist ein wichtiger punkt aber eben es geht auch um dich und das ist dein leben ja dass du hier und jetzt gerade hast wo soll es hingehen was ist dein ziel was ist der sinn deines lebens und hier habe ich für uns heute karten gezogen auf die wir schauen und nein du musst keine auswählen sondern ich habe hier tatsächlich gefragt oder gesagt dem universum ich möchte bitte karten die für alle gelten die dieses video anschauen was ist so wichtig und wichtig ist dann auch welchen impuls bekommst du jetzt dann sobald du diese karten sie ist denn wir gucken hier in ein paar themen hinein und das hat dann mit deiner eigenen lebensgeschichte zu tun und allem was zu dir gehört was dann in dir jetzt wirklich sich bewegt sobald du diese karten siehst vielleicht willst du dir dein raunacht tagebuch holen und dann all die impulse die du jetzt dann bekommst sobald du diese karten siehst hier mit hinein schreiben dann tue das halte das video kurz an und hol dir dein raunacht tagebuch für alle anderen würde ich beginnen ich schiebe mal die karten ein bisschen beiseite die ersten karten die wir sehen und zwar geht es da um die karten was ist eben jetzt dann für dich so wichtig das hat nicht nicht nur mit dem elften elften monat elfte raunacht allem zu tun was mit elf zu tun hat ja der november die elf die elfte raunacht sondern ich glaube dass vielmehr hier schon etwas drin steckt was für dich von jetzt an wo du das video siehst bis bis zum november ein entscheidender punkt ist und da sehen wir dass ein wichtiger punkt familie ist familie für jeden von uns eine unterschiedliche bedeutung was ist deine bedeutung für familie die freude die du hast mit der familie oder nicht die freude was ist dafür dich noch zu klären auch innerlich wo du genauer hin schaust wo du erkennst okay was ist da ein bestandteil wo möchte ich etwas verändern was möchte ich bei mir haben wo soll es hingehen man sieht aber auch dass es darum geht und da bekommen wir bodywork diese karte ist immer interessant für mich weil es geht um verschiedene themen da haben wir die körperarbeit wie eben massage therapie energieheilung physiotherapie oder sport für jeden von uns individuell für die einen heißt zum beispiel eine physiotherapie zurück ins leben zu kommen sich nach einer thematik die passiert ist im leben wieder zurück ins leben zu kämpfen für andere bedeutet sport ein großer bestandteil des tagtäglichen lebens und da ist ganz wichtig was passiert von heute an bis november aber auch energieheilung haben wir mit dabei was sind die wichtigen themen die du von jetzt an bis november eben angehen möchtest energetisch auch das ist ein wichtiger bestandteil und dann kommt hier noch der kreative ausdruck das heißt ganz klar wo möchte deine seele sich kreativ ausdrücken das kann so vieles sein das kann in alle richtungen gehen hier sehen wir jetzt jemand der malt ein engel der malt vielleicht möchtest du malen vielleicht möchtest du aber auch dich mit kunst beschäftigen mit schon fertigen bildern digitale bilder in alle richtungen kann es gehen das kann aber auch bedeuten ein kreativer ausdruck du möchtest etwas basteln etwas erschaffen etwas kreieren auch das gehört dazu was möchtest du kreieren wo möchtest du etwas loslassen wo du vielleicht bis dato etwas kreiert hast und jetzt etwas neues kreiert all das das sind wichtige impulse das hat auch und vielleicht wenn du karten kennst siehst du schon an der art der karten was ihr dahinter steckt auch mit früheren inkarnationen zu tun hat mit zu tun was hier aus dem past life kommt und da wird es jetzt spannend denn wir haben hier auch wo es tatsächlich um schreiben geht das bedeutet für den ein oder anderen für uns tatsächlich zu schreiben oder bücher zu lesen etwas für die nachwelt hinterlassen wenn du nicht mehr da bist vielleicht möchtest du einen brief schreiben da kommen impulse von jetzt an bis november was alles mit schreiben in irgendeiner form zu tun hat auch lesen gehört dazu viele viele inspirationen und wenn du jetzt einen impuls hast und sagst okay ich weiß um was es geht schreibe dir das in dein raunacht tagebuch das hat nämlich mit noch viel viel mehr dazu zu tun und wir haben ja das thema auch mit tod eben jetzt führt für den november und gerade wenn es darum geht dann auch menschen loszulassen der kommt hier aus dem past life und schau mal transportation das ist etwas das viele viele von uns in verschiedensten inkarnationen ereilt hat dass man wohin gebracht worden ist weggebracht worden ist verschleppt worden ist all solche dinge und ich glaube dass jetzt und vor allem mit der karte energieheilung die wir hatten mit dem bodywork dass da vieles in aufklärung kommt für jeden von uns individuell falls du einen impuls hast schreib es dir auf das gehört dazu denn nicht nur transport sondern auch schiff ist dabei und gerade das wenn kommt das ist noch mal ja über ländergrenzen hinweg zu kommen wo sind ländergrenzen wo menschen verschleppt worden sind wo man vielleicht auch aufgebrochen ist und gesagt hat hey ich möchte in einem anderen kontinent ein neues leben beginnen in früheren inkarnationen oder auch im hier und jetzt all das gehört dazu all das das möchte angeschaut werden wo hast du da noch dinge vielleicht hast du auch den wunsch auszuwandern deswegen kommt hier das mit dem schiff ein anderer kontinent dich damit auseinander zu setzen möchtest du diesen traum leben möchtest du ihn loslassen das bedeutet vielleicht auch dann abschied nehmen von menschen die du hier zurück lässt bedeutet auch sich zu beschäftigen okay was passiert da eine ganze ganze menge an impulsen und das ganze das wird hier noch verstärkt nämlich wir bekommen noch schlüssel an die hand schlüssel zur höheren welt und hier sind zwei karten gekommen auch mit dieser thematik geht es darum sich auseinander zu setzen und wenn diese karten kommen passiert immer etwas ganz besonderes ich finde es immer sehr magisch denn wir sehen es geht um die tibeter als atlantis untergegangen ist hat der hohe priester zeus seinen stamm nach tibet gebracht wo es um die innere ruhe geht um die friedfertigkeit und um gewaltlosigkeit das wurde dort praktiziert der buddhismus ist dort zu hause das ganze hat hier auch mit dem portal mesopotamiens zu tun wenn wir die karte lesen es geht um das bewusstseinsniveau also eine ganze menge das heißt gerade die innere ruhe scheint wohl für das kommende jahr von jetzt an bis november ganz wichtig zu sein bei sich anzukommen diese karte die rät dir dich mit weißem licht zu umgeben und dann auch einem sprechgesang zu lauschen zu atmen zu schauen wann du ruhig wirst also dich damit zu beschäftigen wie du immer wieder zur inneren ruhe kommst die karte fordert dich auch auf mit offenem herzen in die natur zu gehen und dort friedfertigkeit auszustrahlen der schlüssel für dich leben sie mitfühlend reinen herzens und friedfertig und treten sie in die stille ein spannend aber nicht nur das denn wir haben hier noch eine zweite karte und sehen dass es um die babylonia geht und hier haben wir hohe priester horus der seinen stamm nach babylon geführt hat als atlantis untergegangen ist und da geht es um das wissen der jahreszeiten da geht es um die sonne und kosmische eigenschaften des wassers also eine ganz spannende thematik diese karte sie sagt ihr stellen sie sich vor dass sie von einem kristallgrün aquamarine blauen licht umgeben sind und tun sie alles auf integre weise im einklang mit den geistigen gesetzen die karte fordert dich auf segnen sie das wasser in dem sie baden duschen oder schwimmen es reinigt sie auf der zellebene der schlüssel für dich arbeiten sie mit dem was ihnen die natur zum wohle aller gibt verstehen sie die geistigen gesetze und wenden sie sie an sehr spirituelle botschaften aber wieder der hinweis hier auf den kreativen ausdruck verwenden sie alles aus der natur eine ganze menge an botschaften die dich anregen sollen dich mit dieser thematik auseinanderzusetzen ihr lieben ich wünsche euch jetzt diese elfte raunacht der tag darauf all diese besonderen dinge eine ganz wunderbare zeit es geht langsam dem ende zu also nutzt diese zeit intensiv und für euch sehr viel freude damit in diesem sinne ganz viel licht und liebe aus meinem herzen und namaste die die die